Wing Chun Wing Chun fand ich schon immer interessant wegen der effektiven Kampfweise. Kurz, schnell, prägnant den Gegner außer Gefecht setzen. Gerade was jetzt so im Nahkampf vor sich geht, da ist Wing Chun sehr, sehr stark. Diese Kombination, das ist das reizvolle, einmal stark, kräftig und auf der anderen Seite wieder weich und fließend wie Wasser. Das ist eine Gemeinschaft. Man kommt hier gemeinsam her, um Spaß zu haben, um zu trainieren und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Wenn man einen Sport, egal welchen, betreibt, dass natürlich auch die Mitglieder alle dazu passen und mit genauso viel Spaß dabei sind. Und das ist das Schöne hier. Deswegen kommt man auch gerne her. Meine Kinder habe ich hierher geschickt. Also meine Kinder trainieren hier Wing Chun.